Und damit herzlich Willkommen auf meinem Rosti-Kanal. Ja Leute, ich bin wieder Zeit für ein kleines Indie-Horror-Game. Heute spielen wir Hell Simulator. Musst du mich so ausstrecken? Ist ein RPG-Game und ich hab keine Ahnung, was ich erwarten werde. Einfach mal, New Game. Noch hört es sich ja ganz lustig an. Mal schauen, was uns erwarten wird. Hell Simulator hört sich ja schon etwas creepy an. Aber jetzt macht er noch nicht den Eindruck. Oh, I'm naked. What? Ich bin immer noch mal zufrieden. Deutschland. What the? Ist das alles real? Ich kann sehen, dass ihr nicht glaubt in mich. What? Lord, let me in. Depart from me. I never knew you. Bind him, hand and foot. And cast him into outer darkness. Kann ich es hier? You wicked and slothful servant. There shall be weeping. Und wie? Ich weiß, dass ihr nicht verstand. Ich werde dich verstanden. Dborne für dich. Nicht nur. Nicht nur. sich rufend uns auf einmal zu lassen. Ich gebe dir einen Schloss. Ich nehme den Schloss. Ich nehme dich. Ich nehme dich. ja 0 2 1 2 1 1 2 1 1 2 Die kriegen wir alle nieder. Wir machen sie nieder! Kill! Destroy! Destroy! Destroy special! Ratsacker! Nope! Spoky Slay! Damage! 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 Christ! Uh, no, no, no! Wirklicho gar nicht! Okay! Attack! 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 Los! Lapport! Yes! Do-do-do-do! Rx Party Wars! Wirklicho- 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 Oh, wassit? Wirklicho- 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 Wassit! No Damage! Arr! No Damage! W- Oh, wassit? No, no, no! No Damage! No Damage! Wirklicho- 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 We... Oh Noch drei, noch drei, noch zwei. Komm schon, noch zwei. Was? Was? Zwei, zwei, noch zwei. Oh, oh, oh. Jetzt aber. Yes. Ich bin jetzt aber hier raus. Ich bin jetzt, ich bin jetzt, ich bin jetzt, ich bin jetzt, ich bin jetzt. Oh, nee. Jetzt hauen wir ab. Genug gekämmt. Ich muss jetzt ums Spiel vergetanieren. Geht's mir ein? Oh, nicht so wieder, ihr Nervensegen. Nein. Nein, ich rede nach Hause hier. Ich rede nach Hause hier raus. Oh, Kinder. Ich rede nach Hause. 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 Genug gekämpft. Help me, help me. Ich helfe keine mehr. Ich spreche. Satan. Oh, ich merke. Den bekämpfen wir natürlich. Nein, nein. Ich rede nach Hause. Oh, ich rede nach Hause. Oh, 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 oh. Haben wir noch mit Schlazer? Das ist so, ich würde mich blockieren. Ich rede nach Hause. Ich rede nach Hause. Ich rede nach Hause. Ich rede nach Hause. Hi, Feb. War Chaui. What? I still doubted him. Oh. Was I dead of Therksbreaker? Strong attack. Ok, dann, mit der Delphine Sprecher Karma Der Delphine Sprecher Feuer Der hat gar nichts mehr Ah, der hat noch ein Sprecher Wo? Noch ein Sprecher Uuuuh Der hat auch nichts mehr Uuuuh Attach Uuuuh Oh, der ist auch nichts Uuuuh, geht kaputt jetzt endlich Sackhats Uuuuh Die Klappe gehen drauf Uuuuh Der hat auch nichts mehr Uuuuh Der hat auch nichts mehr Uuuuh Magic Farnado Ich habe dazu No damage Farnado Uuuuh Uuuuh Farnado Farno 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 Kershwitz ich bin mag ich mache berchen ich habe man Huuuhuu... ...Hotel Wartel... Huchjibang... Oh je, ich versuchte jetzt raus... Jeden kann, gehen wir durch. Hi... Ich hab da kein Trösschen mehr. Tschüss... Dann machen wir nochmal einen Tröp Magic... Da haben wir noch Starlight, hat er noch ein Spezial? Fire Weapon, hat er noch ein Spezial? Weapon Brake, nehm ich nicht. Ich gucke, ob wir später kommen werden. Wer weiß, wer weiß. Mist, haben wir noch ein Spezial? Strong Attack. Magic, haben wir noch so was? Ich werde meine Augen mal sehen. Hat er noch ein Magic? Life Frame? Hat er noch ein Spezial? Ja, nehm ich jetzt nicht mehr. So, jetzt aber geh mal drauf! Auf Wiedersehen. Das war's Greg! Ja, inKampf läuft! Dann geht's endlich! Oh, geht es ewig. Oh, ganz normale Angriff jetzt. Geht es echt nicht mehr. Äh, haben wir jetzt noch irgendetwas, mit dem wir es vielleicht wollen? Okay. Magix, haben wir noch hier. Höhe. Du, haben wir noch nicht mehr. Ich habe noch Magix. Ich habe noch ein Granado. Ich habe noch ein Speicher. Amour Break. Jaaaah! Wir sind nicht so kaputt! Yo, Quarek! Oh nein, mein Mann! Oh mein Gott, schnell durchlauub hier! Er geht nicht raus! Oh, ich hab jetzt verloren! Uuuuh, ich hab schon zwei verloren! Ich hab schon zwei verloren! Ich hab schon zwei verloren! Drei verloren! Wir gehen drauf! Das war's! Oh, ja! Throw them in the lava! Wir hatten die Lava gespissen! Das war's! Ich habe nicht so嗯! In keinem zu! Warte. Jetzt kommt's wieder raus. Ich komm wieder raus! Ich glaub wir sind auf Ladennus rum. Ich glaub wir sind in der Hölle gefahren. Ich kann nur am Kreis rumlaufen. Das kann ich nicht gut. Wir sind für ewig gefahren in der Hölle. Ich kann nur am Kreis rumlaufen. Was kann ich tun? Nicht mehr. Der Markkapskupon. Lass in Heaven. Die Frage fehlt mir immer in der Hölle. Der Lava. Das geht nicht mehr. Ich denke mal. Das war's. Ja Freunde. Das war Hell Simulator. Ein RPG Spiel geht es uns durch. Ich hoffe ihr habt ein kleines bisschen Spaß. Ich wollte euch unterhalten. Schreibt mir gerne was in die Kommentare. Lasst mir ein Like da wenn ihr der Meinung seid. Ich freu mich über alles. Ich würd mich freuen wenn ihr wieder einseit seid. Auf meinem eigenen Kanal. Und bis zum nächsten Mal. Euer Recker. Danke sehr viel zu sehen. Ciao. Und bis zum nächsten Mal. Peace. ...